Patronen Ach, Neonkegel. Kein Wunder. Ich habe jetzt wieder nach einem reichsteg weißen Kegel gesucht. Der Times Square. Labyrinth, zwei Katzen, Patrone. Patrone. Labyrinth, zwei Katzen. Katze. Wunschknochen, Oberschenkelknochen. Das ist alles sehr hilfreich. Oberschenkelknochen, Wunschknochen. Eine Wünschelrote oder was? Ach ja. Handy, Zigarren, zwei Vögel. Handy, Pylone, PC, Tastatur. Handy. Labyrinth. Pylone. Tastatur. Eine Katze. Katze, 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 Katze. Okay. Saus wie ein Tiger, aber in Ordnung. So. Puzzleteile platzieren. So. Kann man die wieder drehen? Natürlich. so kann auch wenn man aufnimmt und ränder die eckteile gehen ja noch einigermaßen das ist dann noch ein bisschen einfacher stellen naja nicht immer aber immer öfters können ja auch durchblättern sich eben erst mal einer hin wissen werden das hin da na es ist das so jetzt das hinter packen wir mal dahin doch so hat es hier das wenn jemand anfangen hast geht er ist eigentlich recht fix dann so hat so da und da und der nächste hinweis 17 hinweise haben wir schon gefunden und weiter geht's kreditkarte violinschlüssel hot dog sie pferdchen schachfigur schädel dosenöffner radiergummi sandale wasserkühler radiergummi sandale wasserkühler wir drücken das ganze jetzt ein bisschen auf highspeed durch hier naja highspeed nicht aber schneller wie sonst wasserkühler ohne flöte kette zack hütchen ich habe keinen hut handschuhe schildkröte spielkarte also handglocke gummi ente hut handglocke gummi ente was soll das sein kann doch kein mensch hier ist es denn flöte kette kaffeetasse hut flöte kette kaffeetasse flöte kettet kaffeetasse flöte kettet kaffeetasse flöte kettet 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 das ist eine feder ach da hinten im eck na super so halt haben wir doch schon ja haben wir doch weiß ich der kiosk vogel radio pferd pinsel vogel radio pferd pinsel radio pinsel vogel pferd ein pferd artischocke da marienkäfer vier flasche und parkverbot das ging aber instan das war jetzt mal flott computer diskette doktor hut wäsche klammer computer diskette doktor hut wäsche klammer doktor hut wäsche klammer diskette spaten zahnrad spaten zahnrad kreuz tanzapfen krone herz spaten zahnrad kreuz kreuz tanzapfen kochmesser tanzapfen kreuz kochmesser da und dann sind wir wieder beim letzten lille lautsprecher sieger kranz sieger kranz naja ist mega von quatsch lautsprecher auch nicht ach so ja lautsprecher ja die man wieder vereinigte die üblichen boxen für den pc oder auch für die anlage kann man überall anschließen lille lautsprecher poker chip drei werkzeuge und messer so ähm fuzzle roller zahnrad pick sprung feder lille lautsprecher poker chip fuzzle roller kommen die damit kann man auch abrollen vorteil ist du musst nur einmal abrollen du kriegst nie wieder fuzzle probleme so viel steht fest lautsprecher poker chip zahnrad zahnrad muss man doch finden hier lautsprecher poker chip poker chip da ist doch siehst du so pick nein weiter kommt sprung feder zwei werkzeuge messer zählt nicht als werkzeug ok werkzeuge messer so ein werkzeug da und eine sprung feder meister detektiv kommen wir steigen in den rang im moment wir klettern die karriere leiter nach oben sprung feder das ist doch jackpot ach da sieht aber auch wieder anders aus die sprung feder auf einmal ach du liebe zeit so warte mal machen wir mal das das ist einfach hier zack das ist auch nicht wirklich schwer ach warte so rum genau so das gehört so rum das so rum das so rum so zack äh ne quatsch was mache ich denn hier so ne so 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 zacki und den nächsten fertig und den nächsten hinweis gefunden nummer 18 und wir kommen im ziel näher sehr schön aber dass meine anderen reihenfolge ich mache immer von links nach rechts oben nach unten schachfigur ziel scheibe klavier tastatur laut sprecher us flagge flugzeug laut sprecher laut sprecher patrone kreuz recycling rauchmelder patrone kreuz lautsprecher es schief und b und und Hallo, wo seht ihr denn? Kreuz. Patrona. Lautsprecher, wer sagt's denn? Was ist da? Ach, ja. So, Küche. Football, Münze, Pille, Kugel.